hallo sie hier soll ja sagt und wir heute spielen mit micraft days und mut so jetzt einfach kurz auf desktop mit meinem haus ja heute wie immer sind ja anfang an der gesehen wir spielen an der version als letzte woche wir haben was zu sammeln angesagt so das weg das weg schaufel kommt weg so dass man weg ist nicht scheiß drauf machen auch weg wir müssen noch unsere kürze züchten dass wir mehr mehr essen und leder bekommen wir bis jetzt ist nie so toll bei der wachstum bei kühlen weil wir haben wir nicht so viel und deswegen ist immer dauert das schlimmste das dauert ewig bis die erwachsen sind dann glaube ich schauen wir mal einmal pro tag können wir die tüchten wie weiß schon so viele weizen haben wir ich glaube da sollte uns vollkommen erreichen noch mal erden so das wird schon erledigt so zack weg wunderbar gehen wir hier hin und jetzt eine kuh zweite kühl dritte kühl aber du hast noch nicht bekommen denn du bekommst hast du hast du hast du hast du hast du hast du nein hast du nicht das ist du bekommst noch hast du hast hast du 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 alle glaube ich alle haben ich schon bekommen wird freue mich sehr so wachse mir okay so wir machen wir immer den weiten hier zack das kommt hier das kommt hier drei stück haben wir ein bisschen zu viel ihm zu gehen gegeben was würde sie tun so ich will noch die ein hohen haben unbedingt ich habe immer über trinken hühner gesehen wenn ich brauche hühner geht sehe ich keine immer wieder haben sie gesehen so wir lassen so will dann gehen wir weiter ich hasse wenn sie hoch hop 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 ja haben wir ja vorher kein weizenkörner genommen ja zum video hallo alles klar tot der jombie ist tot der jombie ist tot äh schweine ah schweine für schweine brauche ich mir karotten ich frage mich wohl ist hühner gibt es hier und ich will nicht mich schon wieder verlaufen die letzte oder vorletzte folge einmal habe ich schon wieder verlaufen so hühner hat er ist ich habe jemanden gefunden denn ich habe jemanden gefunden oh scheiße ich habe kein super so auch da war krase ich habe das wach und ja toll ich brauche hohen ja so geübt ich habe gesagt gedacht das ist so hündchen aber leider das nicht so und wir verrecken bald ich muss den hasi nicht hasi den schwein nicht töten sonst verhungere ich noch in dieser folge ich will nicht verhungern ich will nicht sterb sterb genau genau so drei haben ja genau das habe ich gemeint so gehen weiter vielleicht zufällig können wir ein hund oder warten wir bis der einer hat einbekommen ich brauche nur ein blöde hund mehr nicht wieso kann ich keinen blöden hund haben schon wieder kunde deswegen wo hunden ist aber es sieht sieht nicht so aus so farblich so schön ok die hund wurde nicht gewunden ich leute ich muss sagen ich freue mich so übertrieben das hat geklappt diese woche mit mein kraft weil ich hatte diese woche probleme mit mein kraft weil es ist sehr gut es hat bei mir eine funktion hat überhaupt nicht wollte gestarten weil wahrscheinlich irgendwelche java hatte ich glaube zu viel irgendwie ausweisen java zu viel ein installiert und da hatte keine ahnung welche was für sie aber muss ich lesen da habe ich war geluscht und da kann ich wieder zurück und die alte java welcher ich hatte ich da konnte nicht weiter spielen nur ich brauche 64-gabit java ich weiß wieso also so 1 2 3 man so mein brot reicht mir so wir waren ja schon große hohen wir warten bis der eier bekommt so was machen wir alle nächste jetzt weiß ich ich habe was toll ich habe ich gedacht so jetzt gehen wir auf gut machen wir die pool so weiter und hier war tüge ja war einmal körper gespawnt und dann bumm war hat gemacht so erde der nervt mich so ich glaube das war tüge ja und das haben wir zack so gibt es keine stufe ich verwende noch mal stufen weil gibt es auch die weiße stufen und ich will denke die weiße stufen haben dann muss man hier machen wenn du bist für apple da oben da ich will wahrscheinlich ein stein verwechselt komplett natürlich nicht nicht so da so aber aber das gibt nicht irgendwie warte mal ich muss ich so viel haben schon muss ich kurz schauen ja ist nacht so nächste folge wahrscheinlich wir machen weiter mit dem pool aber ich will herausfinden wie das auch das wird glaube ich genau ich habe gedacht das ist die aber nein das sind die blöcke blöcke welche gibt es auch ganz weißen kies kann man nichts machen sonstiges blöcke nein entschuldigung wegen meiner stimme ich merke manchmal weil ich bin er gilt irgendwie im sommer erkehrte wow super leistung gell wie schaffst du das ja wenn machen und dann bist du ganz verschwitzt von oben nach unten und kommst du in kültypraum wer ist minus 80 grad weil eine kunde wollte über die kein eis ja dann musst du dich opfern dafür nicht heißen so kohle nichts da scheiße also erst mal das brauchen unbedingt scheiße das was ich will denn wir brauchen noch was sehr wichtiges ist wir brauchen schaffen na super also schaffen brauchen wir trotzdem noch ich ausprobieren was das druckblatt stein druckblatt ok ist die was ich will warte mal ja genau das wollte ich auch scheiße da sollte mit was anderes mal das machen also es ist angesagt ich muss ganzes dick rein stoppen so bis jetzt ist nix das ist gut ok ist was das was es eisen ja ein dieser habe ich ja die aus nämlich die die aus weg so erz genau dies und da würde die eisen noch platzen hier gut dann gehen wir auf die erde vielleicht haben wir noch was die steine natürlich hier haben wir doch so erde bruchstein da mache ich hier rein bruchstein 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 mehr haben wir nicht so nächste kommt hier das war so sogar zu viel haha so das muss ich hier rein machen das auch hier das machen wir auch hier alter schweiler so und dann machen wir das noch hier kiss redstone haben wir noch hier sehe ich kurz habe ich gesehen eigentlich vorerst dann sollte ich hier auch sein erde was haben wir noch akis genau sehr viel fragen wir für sehr viel weg so so gehen wir noch um kurz wir müssen alle die holzsticks und so weit haben also das nehme ich das nehme ich die tür auch nehme ich so und er springt wie b kann darf ich durch so sitzen langsam nicht schlecht aus so weil ich will schöne große stadt hier bauen nein zurück mehr sollte passen mehr sollte ich nicht gebrauchen aber was mich wundert wo sind die alle zombies und so weiter habe ich auch friedlich angestellt wird einfach ja einfach ja da sind schon so gut und schön das wollte ich genau wissen weil wir mir merkwürdig warte mal ich heiße ich heiße ich heiße ich heiße weil das ist scheiße also habe ich entdeckt habe ich so aua blöd oder was bewohner zombie man die schlägt mich böse ganz böse so da musst du kurz abbauen so hat das besucht sich lassen lieber so einmal einmal hier haben wir einmal sehr schön so sollte sein ajo jetzt unter dem wasser jetzt so ach scheiße nein 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 1 1 verdammte bild bauen wir hier ab so leider wird er auch nicht schlecht finde ich ich habe gedacht geht das nicht weil wir zu hoch aber das geht noch so das haben wir sehr schön hat geklappt wie ich wollte aber nächstes was ich will noch machen ist das ist schon gleich tag ich freue mich konnte wir diese aufnahme mit dessen draußen arbeiten und nur einzum begegnet finde ich krass finde ich krass finde ich krass aber zum bieten zum bieten so es ist schon tag mach ich nochmal das schnell rein ok eigentlich sollte der unten sein so sterb so so leute ich werde sagen das war es von mir für diese folge und wir ja sehen uns und nächste folge tschau